Nein Mann, so doch nicht! Koko besteht, wie der Name vermuten lässt, aus gemahlener Kokosfaser. Je nach Art wird Kokos mit anderen Substraten vermischt, um so optimale Bedingungen für Pflanzen zu schaffen. Was spricht für die Nutzung von Kokos? Umweltfreundlich. Kokosprodukte sind äußerst umweltfreundlich. Sie sind 100% organisch und werden aus einem schnell nachwachsenden Rohstoff gewonnen. Darüber hinaus ist Kokos absolut torfrei, was sich über einen Großteil der Erde nicht behaupten lässt. Gute Wasseraufnahme und Eigenschaften. Kokos kann eine Menge Wasser aufnehmen und bleibt dennoch luftig und locker. Langjährige intensive Forschung hat gezeigt, dass Kokossubstrate mehr Sauerstoff an die Pflanzen lassen, was zu einer schnelleren Einwurzelung und einer Steigerung der Erträge um 6-10% führt. Eine einzige Kokosmatte hält sich gut für 3 bis maximal 6 Erntedurchgänge, was Geld und Zeit beim Wechseln des Substrates erspart. Weniger Schädlinge. Kokos ist in der Regel frei von Schädlingen, Keimen oder Pilzen, da diese keinen optimalen Lebensraum vorfinden und sich nicht wohlfühlen. Daher wurde bei der Nutzung von Kokosmatten auch eine Reduzierung des Bodenschimmels festgestellt. Gibt es Nachteile? Sensibles Medium. Bei der Nährstoffversorgung gilt Kokos als eher sensibles Medium und verzeiht weniger Fehler als Erde. Die Pufferwirkung der Erde ist hier nicht vorhanden. Anders als bei Erde sollte hier nicht nur der pH-Wert gemessen werden. Das Messen des EC-Wertes ist unerlässlich. EC steht für Electric Conductivity und ist das Maß für die Konzentration der gelösten Salze, Ionen, in der Nährlösung. Es sind also entsprechende Messgeräte oder ein Kombimessgerät notwendig. Calcium-Magnesium-Mangelrisiko Bivalente Ionen, wie sie bei Calcium und Magnesium vorkommen, binden sich an das Substrat und können daher schlechter von den Pflanzen aufgenommen werden. Daher besteht das Risiko von entsprechenden Mangelerscheinungen. Dies lässt sich jedoch durch das Waschen und Puffern des Kokos-Substrates verhindern. Keine Sorge, wir führen euch später schrittweise an diese Thematik heran. Häufigeres Gießen. Zwar kann Kokos eine riesige Menge Wasser aufnehmen, sie aber bei weitem nicht so lange speichern wie herkömmliche Erde. Daher ist regelmäßiges Gießen erforderlich. Einmal am Tag ist durchaus normal, jedoch kann man hier mit einer Tröpfchenbewässerung oder einem Autopot-System gut Abhilfe schaffen. Bevor wir uns auf die einzelnen Produkte aus der Kokoserie stürzen, vorab noch ein paar wesentliche Informationen zu Kanna. Seit Gründung Anfang der 90er Jahre produziert Kanna Nährstoffe und Nährmedien für Hobby- und Profi-Gärtner. Durch eine breite Produktpalette und unermüdliche Forschung erhoffen sie sich einen bewussten Umgang der Endnutzer mit Grow-Produkten und eine fortwährende Entwicklung auf dem Gebiet des Gärtners. International gekürt und europaweit für ihre Pionierarbeit auf dem Gebiet der Pflanzendünger bekannt, hat Kanna sich einen Stammplatz am Grower-Tisch redlich verdient. Kanna steht für Forschung und Qualität. Alle Forschungsprozesse finden im eigenen Haus statt und sämtliche Produkte werden vor der Markteinführung ausgiebig getestet. Dies ist eine Grundsäule der Kanna-Philosophie, da Professionalität und maximale Effizienz in dieser Firma an vorderster Stelle stehen. Aber nun schauen wir uns die einzelnen Produkte der Koko-Reihe im Detail an. Kanna Koko Professional Plus. Dieses Substrat besteht zu 100% aus Kokosflocken, welche vollständig gepuffert sind, damit diverse Nährstoffe nicht an den Kokos gebunden sind. Es ist mehrmals wiederverwendbar und trägt das strengste RHP-Qualitätssiegel. Kanna Koko Natural. Die Natural-Variante ist ein weniger stark gepuffertes Substrat als Professional Plus, wodurch sich die Pufferung und damit die Wachstums- und Blütephase besser regulieren lassen. Durch weniger Pufferung sinkt auch das Gewicht bei einem 50-Liter-Sack auf ca. 12 Kilo. Hierauf haben wir uns in unserem Video jedoch nicht konzentriert. Kanna Koko Slabs. Hier handelt es sich um Kokosmatten aus kleinen Flocken anstelle langer Fasern. Die Matten enthalten keine chemischen Zusatzstoffe und sind mehrfach wiederverwendbar. Diese Variante der Matten ist bereits vorgepuffert. Kanna Koko A und B. A und B bietet eine 2-in-1-Lösung für alle Bedürfnisse der Pflanze, für sämtliche Bewässerungssysteme geeignet. Kanna Kock Air Boards. Die Boards sind Kokosmatten mit gröberer Struktur als die der Slabs. Sie sind für Profis gedacht, da sich Faktoren wie Puffern, Nährstoffzugabe oder Dauer der Wachstums- und Blütephase genauestens regulieren lassen. Diese Kontrolle kann zu enormen Ertragssteigerungen verhelfen. Kanna Kock Air Vega. Ein spezieller Dünger für Kock Air Matten während der Wachstumsphase. Er enthält alle wichtigen Nährstoffe sowie pH-Stabilisatoren und ist darüber hinaus mit Humin und Fulvinsäure angereichert und sorgt für gesunde, resistente Pflanzen. Kanna Kock Air Floris. Als Pendant zum Vega-Dünger gibt es für Kock Air Matten während der Blütephase zur Stimulierung der Früchtebildung Kanna Kock Air Floris. Der Dünger ist angereichert mit Humin und Fulvinsäuren und enthält pH-Stabilisatoren. Kanna Kock Air Buffer Agent. Hierbei handelt es sich um ein Düngemittel, mit dem Kock Air Matten vor der Bepflanzung eingeweicht und somit gepuffert werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der verschiedenen Koko- und Kock Air Dünger beläuft sich auf zwei Jahre. Bevor wir unsere Pflanzen einsetzen können, bedarf es bei der Nutzung von Kokos einiger Vorbereitung. Um die Bindung von Calcium und Magnesium zu verhindern, waschen und puffern wir das Substrat im Vorfeld. Das Puffern ist jedoch nur bei den Kock Air Fasermatten notwendig, da die Slabs sowie Koko Professional Plus bereits gepuffert sind. Diese Schritte sind notwendig, um am Ende ein funktionierendes Substrat zu erhalten. In unserem Beispiel verwenden wir Kanna Koko Professional Plus, Kanna Koko Fasermatten und Kanna Kock Air Fasermatten. Zum Waschen und Puffern nehmen wir uns die gewünschte Menge Substrat und mischen diese mit einer Lösung aus Wasser und dem Buffer Agent an und lassen dies für 24 Stunden ruhen. Wir gehen folgendermaßen vor. Wir nehmen uns je eine Plastikwanne für die herkömmlichen Kanna Fasermatten und die Kog Air Fasermatten und füllen diese mit je einer Fasermatte. Wir füllen pro Wanne 12,5 Liter Wasser in Gießkannen und geben in die Kanne für die Koga Matte 25 Milliliter Waffer Agent dazu. Auch hier kommt der Dosierverschluss zum Einsatz. Wir gehen beim Anrühren der Nährlösung noch einmal genauer darauf ein. Wir vermischen die Lösung bzw. das Wasser mit der jeweiligen Fasermatte. Wir decken das Ganze ab und lassen es 24 Stunden ruhen. Nach dem Ruhen lassen wir überschüssiges Wasser ablaufen. Nun füllen wir das Substrat in die vorbereiteten Töpfe. Kanna Koko Professional Plus bedarf keiner Vorbehandlung und kann im Topf direkt auf eine Schicht Tongranulat gegeben werden. Nun ist es an der Zeit, die gewünschten Pflanzen in unser frisches Substrat einzupflanzen. Hierfür bereite ich entsprechende große Löcher vor und setze die Pflanzen vorsichtig ein. Die vorhandene Feuchtigkeit reicht erstmal aus. Wir schauen das nächste Mal vorbei, wenn unsere Pflanzen erneut Wasser benötigen. Bevor wir eine Nährlösung ansetzen und unsere Pflanzen gießen, möchten wir euch noch zeigen, wie ihr den pH- und EC-Wert eures Substrates testen könnt. Hierfür wenden wir die empfohlene 1 zu 1,5 Extraktionsmethode an. Dieses Vorgehen ist bei den Slabs und den Koga-Fasermatten identisch. Wir entnehmen von unserem Topf Kokosproben und sammeln das Probematerial in einer Schüssel und bestimmen durch Zusammendrücken des Kokos, ob ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Spüren wir die Feuchtigkeit an den Fingern entweichen, stimmt der Feuchtigkeitsgehalt. Stimmt er nicht, bringen wir den Feuchtigkeitsgehalt des Kokos durch Zufügen von destilliertem Wasser auf den richtigen Stand. Nach dem Zufügen des demineralisierten Wassers muss der Kokos gut vermischt werden. Das Anfeuchten ist wichtig, um ein reales Messergebnis zu erhalten. Ist das Kokos zu trocken, bevor wir zum nächsten Schritt übergehen, verfälscht dies die Messergebnisse des EC-Wertes. Anschließend nehmen wir einen Messbecher mit 250ml Inhalt und füllen ihn mit 150ml destilliertem Wasser und fügen Kokos hinzu, bis die 250ml Marke erreicht ist. Wir mischen das Ganze gut durch und lassen die Masse mindestens 2 Stunden ruhen. Dann mischen wir die Masse erneut gründlich durch und messen den pH-Wert. Danach filtern wir die erhaltene Substanz und messen den EC-Wert. Nun wissen wir genau, wie es um unser Substrat steht. Diesen Vorgang sollte man alle 3-4 Wochen wiederholen, um sicherzugehen, dass alles passt. Falls dem mal nicht so sein sollte, kann man schnell reagieren und wieder optimale Bedingungen herstellen. Kommen wir nun zum Ansetzen einer Nährlösung. Unsere Pflanzen sind noch klein, deshalb streben wir einen EC-Wert zwischen 0,6 und 1 an. Der pH-Wert unserer Lösung sollte zwischen 5,5 und 6,2 liegen. Ein zu hoher Wert kann schnell zu Überdüngungen führen, daher peilen wir einen Mittelwert von 5,8 an. Beginnen wir mit der Bereitstellung des Wassers. Hierzu nehmen wir in unserem Fall Wasser aus der Leitung und füllen unsere Gießkanne mit 7 Liter Wasser. Auch hier führen wir eine Messung durch, um den pH- und EC-Wert unseres Wassers festzustellen. Als nächstes fügen wir den benötigten Dünger hinzu. Die Dosierung kann man je nach Bedarf auf der Seite von Canna berechnen lassen. In unserem Fall benötigen wir je 10 Milliliter von Canna Coco A und B. Zusätzlich könnten wir zur schnelleren Anwurzelung noch 20 Milliliter Risotonic dazugeben. Wichtig hierbei ist es, die Nährlösung korrekt anzumischen. Wir messen erst Coco A und fügen dies zum Wasser hinzu und rühren gut um. Danach wiederholen wir den Vorgang mit Coco B. Das Dosieren hat uns Canna etwas erleichtert. Es gibt nämlich bei den Düngerflaschen von Canna eine Dosieröffnung, mit der wir in unserem Fall prima arbeiten können. Hierzu öffnen wir einfach den Deckel der Dosieröffnung und drücken die Flasche zusammen. Die Dosierkammer füllt sich nun, wie ihr seht, mit Dünger. Sobald unsere benötigte Menge vorhanden ist, hören wir auf zu drücken und füllen den Dünger aus der Dosierkammer in unsere Gießkammer. Nun können wir den pH- und EC-Wert unserer Nährlösung messen. Im Optimalfall liegen wir bei einem EC-Wert zwischen 0,8 und 1,3. Den pH-Wert passen wir im Zweifel mit einem pH-Regulator an. Stimmen unsere Werte und entsprechen unseren Wunschwerten, können wir mit dem Gießen beginnen. Und Torben, hast du was gelernt? Was meinst du jetzt zu der Kokosnuss? Oh je, okay, ich versuch's mal. Also, es handelt sich um ein 100% organisches, umweltschonendes Medium. Es ist für mehrere Durchgänge wiederverwendbar und durch die Luftverhältnisse innerhalb des Mediums können Wurzelbildung, Wachstum und Erträge gesteigert werden. Und Schädlinge haben in diesem Substrat keine Chance. Trotzdem hat auch Coco als Medium ein paar Besonderheiten. Bei Nichtpufferung des Substrates werden Nährstoffe wie Calcium oder Magnesium an Coco gebunden und können nicht an die Pflanze abgegeben werden. Coco ist durstiger als ich an einem heißen Julimittag. Die Wasserspeicherung ist vergleichsweise zur Erde schlechter, was häufigeres Gießen notwendig macht. Es besteht im Vergleich zur Erde keine Bufferwirkung in Hinsicht auf die Nährstoffaufnahme, weshalb man über den pH-Wert hinaus auch unbedingt regelmäßig den EC-Wert testen und regulieren muss. Kommen wir zu unserem Fazit. Auch wenn die Nutzung eines Coco-Substrates für Anfänger gewisse Herausforderungen birgt, schafft es Canna allein mit Coco A und B, die Pflege und Versorgung der Pflanzen wirklich einfach zu halten. Darüber hinaus wird in Form von Risotonic, Boost und Cannazym die perfekte Ergänzung zur vollständigen Versorgung geboten. Dabei hilft Canna beim Abstimmen der Düngeverhältnisse durch ein individuell zusammenstellbares Düngeschema auf der Homepage. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem helfen dabei die Dosierhilfen auf jeder Flasche. Für Fortgeschrittene ist Canna Coco A durch die verbesserte luftigere Struktur und weiteren Besonderheiten Garant für ein kontrollierbares, widerstandsfähiges Medium und beste Ergebnisse. Es bietet totale Kontrolle, da das Substrat ungepuffert ist und der Grower selbst entscheidet, was er den Pflanzen vorsetzt, um sein Ergebnis zu optimieren. Wir selbst können also die Nutzung von Canna-Produkten für jeden empfehlen, der damit liebäugelt, auf Coco umzusteigen. So ihr Lieben, das war unser Deep Dive ins Reich der Canna Coco Reihe. Wir hoffen sehr, dass ihr etwas Neues gelernt habt und wir euer Interesse an Kokosprodukten wecken konnten. Habt ihr bereits Erfahrungen mit Kokos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben weitere spannende Projekte geplant. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem Links zum GrowGuru Webshop und natürlich auch zur Homepage von Canna. Time to grow up. Bis bald. Bleibt gesund. Euer Sebastian.